Ja, neulich hat bei mir der Pizzabrote geklingelt, hat mir die Pizza gegeben und hat gesagt, aber zahlen sie nicht wieder mehr. Und ich habe ihn überhaupt nicht verstanden. Und was er gemeint hat und welches kleine sprachliche Detail hier schiefgelaufen ist, das erzähle ich euch oder erkläre ich euch nach dem Intro. Ja, wie gesagt, der Pizzabrote meinte zu mir, aber zahlen sie nicht wieder mehr. Und ich war total verwirrt und habe gesagt, hä, was? Also normalerweise sagt man, wenn man Trinkgeld gibt, also ich zahle ja eigentlich immer, wenn ich eine Pizza kriege, wenn ich mir eine Pizza liefern lasse, zahle ich immer ein bisschen mehr. Also ich würde dann zu jemand anderem sagen, ich gebe immer ein bisschen mehr, also ich gebe Trinkgeld. Aber man drückt es nicht so aus, man sagt nicht, ich zahle mehr. Und als der Pizzabrote mich das gefragt hat, zahlen sie nicht wieder mehr, dann dachte ich erst, okay, man kann es so deuten, dass ich mir halt letztes Mal mehr gegeben habe. Aber ich dachte, ja, will er jetzt kein Trinkgeld mehr oder was? Natürlich will er Trinkgeld. Und ich habe den ganzen Satz nicht verstanden. Ich habe dann bezahlt und habe natürlich, also er hat es mir dann erklärt, und er hat gesagt, dass ich ihm beim letzten Mal 10 Euro aus Versehen mehr gegeben habe. Konjunktiv 1 benutzt man hier. Und dann habe ich verstanden, was er meint. Bei der letzten Lieferung habe ich ihm aus Versehen, Achtung, jetzt kommt es, zu viel Trinkgeld gegeben. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Also heute sprechen wir kurz über mehr im Vergleich zu zu viel. Und dazu schalten wir mal auf meine digitale Tafel hier. Es handelt sich hier bei viel um ein Adjektiv. Ihr wisst, Adjektive haben Steigerungsformen und die Grundform nennt man normalerweise positiv. Aber ich habe jetzt hier einfach mal Adjektiv hingeschrieben, damit ihr wisst, dass es um Adjektive geht. Ich kann hier drüber schreiben, dass man diese erste Form das Positiv auch nennt. Und die nächste Steigerungsform nennen wir die Komparativform. Und die letzte, die höchste Steigerungsform nennen wir das Superlativ. Oder den Superlativ. Eigentlich sagen wir der Superlativ und der Komparativ. So, okay, also die erste Steigerung nennen wir den Komparativ und die höchste Steigerung, die letzte, nennen wir den Superlativ. Viel ist ein unregelmäßiges Adjektiv. Das heißt, hier im Komparativ haben wir einen völlig anderen Wortstamm und am Ende sieht es wieder anders aus. Es gibt auch regelmäßig gesteigerte Adjektive, wie zum Beispiel hier klein, kleiner, am kleinsten. Da bleibt also der Stamm immer gleich. Und im Komparativ hängen wir ein ER an und im Superlativ ein STEN. Hier ja auch, aber der Stamm hat sich eben geändert. Also es gibt unregelmäßige Adjektive und regelmäßige Adjektive. Und wenn wir hier den Komparativ benutzen, und da war ja der junge Mann, der mir die Pizza geliefert hat, ich soll nicht wieder mehr zahlen, das benutzt man eigentlich in dem Kontext eines Vergleichs. Und wir benutzen es immer zusammen mit einer Konjunktion, nämlich mit ALS. Ihr wisst vielleicht, beim Vergleich gibt es gleichwertige Vergleiche, so WI, da benutzen wir WI. Aber bei ungleichen Vergleichen benutzen wir die Konjunktion ALS. Und damit ihr euch das besser merken könnt, schaut mal, wenn wir uns hier den Komparativ anschauen, dieses Wort, da haben wir zweimal, ich mache das mal in einer anderen Farbe, zweimal ein A drin. Und dieses A kann uns einfach erinnern, dass wir im Komparativ immer die Konjunktion ALS verwenden. Also ich zahle mehr als notwendig zum Beispiel. Oder ich bin kleiner als du. Oder Paul ist größer als Tom und so weiter. Wir schreiben mal einen Satz auf für euch, damit ihr mal ein Beispiel seht. Und zwar mit klein. Peter ist kleiner und jetzt ALS als Paul. So verwenden wir normalerweise diese erste Steigerungsform. Und was der junge Mann aber gemeint hat, ich habe ihm letztes Mal aus Versehen zu viel gegeben. Und das schauen wir uns mal hier an. Diese Kombination aus zu plus Adjektiv, das verwenden wir im Sinne einer Grenzüberschreitung. So habe ich das mal ausgedrückt. Alles, was nicht mehr akzeptabel ist, das drücken wir aus mit zu und dann die ganz normale Positivform, die Grundform des Adjektivs. Also bei viel wäre das Inakzeptable zu viel. Du möchtest irgendwas kaufen auf dem Flohmarkt und jemand nennt dir einen Preis und du sagst, oh nein, das ist mir zu viel, das zahle ich nicht. Und bei klein ist es zu klein und so weiter. Und der Mann, der Pizzabote, meinte also, dass ich ihm beim letzten Mal, er kennt es vielleicht, wenn die Scheine so ein bisschen zusammenkleben, wenn sie neu aus dem Automat kommen oder ich habe mich einfach vergriffen im Portemonnaie und habe ihm 10 Euro zu viel gegeben. Und er war so ehrlich und hat es mir wieder zurückgegeben und habe mich bedankt, aber Trinkgeld war sowieso schon on top nochmal oder zusätzlich obendrauf gegeben. Ja, das ist also der Unterschied zwischen mehr und zu viel. Mehr ohne die Konjunktion als, ohne Vergleich verwenden wir eigentlich eher, ich gehe nochmal zurück, eher mit nicht. Also man kann durchaus sagen, wenn wir doch mal zu dem Wort mehr gehen, ja, in einer Verhandlungssituation kannst du sagen, nein, ich zahle nicht mehr. Oder du sagst, nein, mehr zahle ich nicht. Und dann brauchst du kein als zu verwenden. Das ist so ein Gebrauchsfall ohne die Konjunktion als. Okay, also ich hoffe, ihr habt es verstanden. Ich hatte irrtümlich dem Pizzaboten zu viel Geld gegeben, nicht mehr Geld. Mehr gebe ich ihm immer, weil ich ihm ja Trinkgeld gebe. Man wird es aber nicht so aussprechen. Und deswegen war ich verwirrt. Am Anfang dachte ich, er möchte kein Trinkgeld heute. Und ich dachte, was ist da los? Bis ich dann kapiert hatte, dass ich ihm einfach zu viel gegeben habe. Da seht ihr, ein kleines sprachliches Detail kann wirklich zu großer Verwirrung oder kleiner Verwirrung führen. Auf jeden Fall wusste ich überhaupt nicht, was er von mir will. Gut, ich hoffe, ihr habt was gelernt in diesem diesmal etwas kürzeren Video. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben und natürlich über weitere Abos. Und vergesst nicht, es wird schon die ganze Zeit oben eingeblendet, euch für meinen kostenlosen Gedächtnis-Crashkurs für deutsche Grammatik einzutragen. Ihr könnt wirklich tolle Lernhilfen für deutsche Grammatik lernen und zwar völlig kostenlos. Gut, das war es für heute. Bis zum nächsten Video. Bis dann. Das war Peter Heinrich von easyduff.de. Tschüss. Ja, und vergesst natürlich nicht, wenn ihr mich abonniert, die Glocke auch zu aktivieren. Bis dann. Tschüss. Tschüss.